Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9269 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Geschäftsführer ist heute nicht im Büro. Kann ich weiterhelfen? Der Geschäftsführer ist heute nicht im Büro. Kann ich weiterhelfen? Schmetterlinge sind empfindliche Lebewesen und müssen behutsam behandelt werden. Schmetterlinge sind empfindliche Lebewesen und müssen behutsam behandelt werden. Schmetterlinge sind empfindliche Lebewesen und müssen behutsam behandelt werden. Auf Lenas Geschäftssinn kann ich mich immer verlassen. Sie arbeitet konzentriert und zielgerichtet. Auf Lenas Geschäftssinn kann ich mich immer verlassen. Sie arbeitet konzentriert und zielgerichtet. Die Influencerin Sarah lässt ihre Follower an ihren persönlichen Hobbys und Leidenschaften teilhaben. Die Influencerin Sarah lässt ihre Follower an ihren persönlichen Hobbys und Leidenschaften teilhaben. Wir posten gemeinsam in sozialen Netzwerken und amüsieren uns über die Antworten, die wir erhalten. Hier werden jede Woche Möbel günstig versteigert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.